Musik 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 Jo Leute Ich hab ihn aus, ich hab ihn aus. Ich hab ihn aus. Musik 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 Das geht schon süß. So geht's. Es gibt einen Schinger, der auch da transportiert. Weil er hat beim Hals angehoben. Ich glaube eh nicht. Ich glaube diesen großen Hauser nicht gefremd. Ich muss mal gucken, ob er das Hals anbaut. Wir haben gar nicht gemeinsam. Ich glaube, das ist jetzt so schön. Ah, schade. 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 Ach so. Schade. 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 Das ist vor allem halt. Richtig sind auch diese. Warum macht jetzt keiner? Und die Tür müssen wir echt langsam zu. Die müssen wir mal anstellen. Auf hier dann. Alles schöne auch zu hier. Aber ich glaube es ist doch Schinger. Diese Ansage ist das wie Schinger oder Thürsenkund. In einem Badenhof, in einem S-Badenhof und da steht auch Tschüss im Grupp oder Schindler. Da steht gar nicht mutiziert durch. K1, K2. Kennengeschloss. Also zweites Kennengeschloss. Hier gibt es keinen Unterraum, oder? Hier ist ein bisschen kaputt. Hier ist wohl ein Subsidium. Hier ist ein Doppelfazit. Das ist hier. Das war für zum Glück. Ja, Geschoss. Nee, zum Glück. Oh, zum Glück habe ich heute Kramersfaden bekommen. Yes! Aber meine Lehrerin kann man das geben. Yay! Echtlich keine Hausaufgaben. Ja, und dann nächste Woche. Also, ich kann ja bis Samstag hier raus und nicht um fünf, weil der Freitag ist. Das wisst ihr ja. Ja, ich kann ja jetzt nur noch morgen aufzuhören. Wo kann ich in den Schuhland haben? In Landau. Wolle ich auch nicht mal drauf machen. So, Baby. Hey, warum? Das geht nicht zu. Wieso? Das muss ich wirklich aufmachen. Das geht doch. Warum? Was? Was? Ah, ich glaube hier. Ich lasse mich hier auf. Auch nicht. Ey. Ja, heute, ähm, ich bitte jetzt den Bruder seinen Schulantreiben, da mich vielleicht aufzufüllen. Aber leider nur einen. Ich will auch mal woanders, wenn ich rausflug mache. Bei den Schülern. Da will ich Spaß machen. Ich will ja aufzufüllen, wenn ich im Schulantreiben ist. Das ist das Fernhof Hotel. Da habe ich alleine geschlafen. Da kriege ich ja auch dieses Aufrufen haben. Und Aufzüge. Ich kann ja das Aufzug filmen. Also in zwei Wochen bin ich zurückkommen. Also am Samstag. Freitag, Freitag, Freitagabend. Also nächste Freitagabend. Ich habe heute und morgen hier Aufzug zu filmen in München. Und dann in Landau, in den Steingarten. Ja. Niemand. Hey. Ja. Vielen Dank für das Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Wir sind wieder ohne Maske. Hier ist ja kein Ärzter aus. Nicht so schade. Wir sind wieder ohne Maske. Hier bist du nicht damit. Und ich werde aufp influenen. Auch aufzufüllen im Moment. Ja, ciao Leute, merken wir damit. Wir haben hier beim nächsten Video. Wir sind wieder bei der nächsten Video. Wenn bei der nächsten Video ist,